Oh, hier ist ein Glitzersticker. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche, dieses Heft bis zum Start der EM voll zu bekommen. Beim letzten Mal haben wir Glitzersticker gezogen. Die waren richtig krass. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir packen die ersten beiden Sticker wieder nach hinten. Michelle Erbischer, Bruno Fernandes, Miki Batshuay, Mike Manja und Matteo Kovacic, Berat Jimtzi. Das war schon krass. Wir schauen in die zweite Tüte. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, für welches Land ihr dieses Jahr seid. Angus Gunn, Fikayo Tomori, Mikael und Alfred, Marco und Rasmus. Wow, Wayne Rooney. Und Benjamin und Temu. Leute, da ist ein lila Glitzersticker dabei. Ich habe zwei EM-Stickertüten und ich versuche, bis zum Start der EM dieses Heft voll zu bekommen. Oh Mann, Leute, die EM ist fast am Start. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Vielleicht müssen wir es über die EM verlängern. Wir schauen in die erste Tüte. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Bogdan und Alexander, ein Teil von Italien. Nikola Milenkovic, Philipp Billing und Matteo Kovacic und ein Unnötiger. Oh Mann, Leute, das war schon nicht schlecht. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, wer euer Favorit dieses Jahr auf den EM-Sieg ist. Bendego Spolla, George und Andreas, Dennis Mann, Adrian Rabiot, Dominik Choboschlein-Lilaglitzer und Ciro Immobile. Oh Mann, Leute, wie ihr wisst, ich bin im Sammelfieber. Wir haben schon so viele Sticker gefunden. Uns fehlt immer noch Ronaldo. Ich bin wirklich gespannt, ob der heute dabei ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Gruppe A, Antony und Maxim, Ivan Illich, Xaver Schlager, Raphael Leao, Destiny Uduge. Kein Ronaldo dabei, wir öffnen die zweite Tüte. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, wer dieses Jahr Europameister wird. Oh, das ist ein Goldener, ist das Ronaldo? Dan Ndoje, Bernardo Silva, Birkir und John. Oh, Gareth Bale. Oh, noch einmal Lukaku mit Unterschrift. Mirlin Daku. Oh Mann, Leute, die Sammlung ist fast komplett. Uns fehlt immer noch Ronaldo. Ich hoffe, der ist heute dabei. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Ich habe es im Gefühl, heute ist er drin. Benjamin Henrichs, der Big Ben, Luis Openda, Steven Bergwein, das Luxemburg-Logo. Omar Goy wieder. Oh, kein Ronaldo. In der nächsten Tüte ist er drin. Ich hoffe es. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer Europameister wird. Smile und Ermedin. Cengiz Ünder, etwas von Rumänien. Andrew Robertson. Benjamin und Temo Pucki. Oh Mann, Leute, die letzten Male war er nicht dabei. Wir haben so viele Sticker. Ronaldo fehlt uns immer noch. Bin wirklich gespannt, ob er heute dabei ist. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Ein Teil der Schweiz. Uta und Giorgio. Jan Vertongen. Ousmane Dembélé. Oh, ein goldener. Patrick Schick. Rodri. Oh Mann, wieder kein Ronaldo dabei. Wir müssen die zweite Tüte öffnen. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer die EM gewinnt. Ein Teil von Italien. Antonio Silva. André Rathu. Nihar Zeig. Lachi Benes. Maras Kumbula. Oh Mann, das war's. Kein Ronaldo dabei. Man, Leute, wir haben schon so viele Sticker, aber immer noch nicht Ronaldo. Ich hoffe, der ist heute dabei. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Vom heute Ronaldo. Taras und Serhi. Giri Pavlenka. Ein Ball. Maxime Montaglio. Jorginho. Federico Di Marco. Und kein Ronaldo. Oh Mann, wir müssen weiter aufmachen. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer die EM gewinnt. Mario Götze. Joachim Andersen. Alexander Mitrovic. Zahn Karitschnik. Ilkay Gündogan. Declan Rice. Oh Mann, Leute, wir haben schon so viele Spieler. Heute geht's weiter. Heute muss Ronaldo dabei sein. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst unbedingt ein Abo da. Erste Tüte, wer ist das? Edmilson Fernandes. Ein Teil der Türkei. Köln-Stadion. Jules Kondé. Belgien-Logo. Ein Teil von Kroatien. Oh Mann, kein Ronaldo. Wir müssen die nächste Tüte aufmachen. Ihr schreibt in der Zeit in die Kommentare, was ihr glaubt, wer die EM gewinnt. Ryan Jack. Luis Figo. Ratz und Eli. Sandi Lovric. Jan Oblak. Neko und Joe. Leute, so viele Spieler haben wir schon. Ronaldo war immer noch nicht dabei. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Vielleicht ist er heute drin. Fabian Rieder. Bruno Fernandes. Tops. Patrick Wimmer. Dani Olmo. Jack Grealish. Kein Ronaldo. Oh Mann, wir müssen die nächste Tüte öffnen. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer die EM gewinnt. Laszlo Kleinheißler. Mohamed Damari. Robert Pulewka. Jan Lacka. Oh, Leute. Leroy Sané mit Unterschrift. Jeremy Pimno. Oh Mann, Leute, ich habe nur noch zwei Tüten. Wenn hier Ronaldo nicht drin ist, weiß ich auch nicht. Lasst ihr unbedingt ein Abo da, wenn euch das Format gefällt. Oh Mann, wer ist hier drin? Wales. Olivier Giroud. John Pickford. André Duda. Uh, Nicolai Stagnu als Special Edition. Polen als Special Edition. Aber kein Ronaldo. Oh Mann, das ist die letzte Tüte. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer die EM gewinnt. Hier muss Ronaldo drin sein, sonst weiß ich auch nicht. Konstantinos und Bakhtior. Danilo. Dranja. Cody Gakpo. Simon Kier. Ernest Mucki. Und kein Ronaldo. Leute, so viele Spiele haben wir schon gefunden. Ronaldo war immer noch nicht dabei. Bin wirklich gespannt, ob er heute dabei ist. Wenn euch das Format gefällt, lasst unbedingt ein Abo da. Attila Stalai. Patrick Schick. Andreas Fikovic. Nikita und Rocco. Weizer Logo. Josef Juranovic. Und kein Ronaldo. Oh Mann, wir müssen die nächste Tüte öffnen. Leute, die EM läuft noch. Was glaubt ihr? Wer wird Europameister? Schreibt das unbedingt in die Kommentare. Zlatan Ibrahimovic. Fast besser als Ronaldo. Kvitscher und Leandro. Peter Pekarik. Daniel Mahlen. Und Milos Kerketz. Connor und Kri. Oh Mann, Leute, wir haben schon so viele Spieler gefunden. Ronaldo war immer noch nicht dabei. Wir machen weiter. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Die EM ist fast rum. Blender. Budo und Georges. Alexis Salemekas. Andreas Christensen. Rumänien. Adjimstti. Oh Mann, kein Ronaldo. Wir müssen die nächste Tüte öffnen. Die EM läuft noch. Also schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer Europameister wird. Breel Embolo. Rafael Guerreiro. Danislaw Lobotka. Ein Teil von Slowenien. Bosnien-Herzegowina. Dominik Vlakovic. Und kein Ronaldo. Oh Mann, Leute, so viele Spieler haben wir. Ronaldo war immer noch nicht dabei. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Wir schauen in die erste Tüte. Seat und Benjamin. Jordan Pickford. Omri und Miguel. Rasmus Christensen. Finnland-Logo. Gianluca Mancini. Aber kein Ronaldo. Oh Mann, wir müssen die nächste Tüte öffnen. Die EM läuft noch. Also schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer Europameister wird. Ricardo Rodriguez. Arvel Nedvedt. Teil von Rumänien. Julian Grilic. Matteo Kovacic. Ferran Torres. Aber kein Ronaldo. Oh Mann, Leute, wir müssen weitermachen. Leute, wir haben so viele Sticker. Ronaldo war immer noch nicht dabei. Wir öffnen die nächste Tüte. Lasst ihr ein Abo da, wenn euch dieses Format gefällt. Wir schauen in die erste Tüte. München-Stadion. Jared Boven. Darius Olaru. Elkan und Abad. Rastan-Logo. Pau Torres. Und kein Ronaldo. Oh Mann, Leute, wir müssen die nächste Tüte öffnen. Dann schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer Europameister wird. Viktor und André. David Duderer. Marco Grujic. Nathan Ake. Armando Broja. Elzeit Hisai. Und kein Ronaldo. Oh Mann, Leute, er war wieder nicht dabei. Wir müssen weitermachen. Oh Mann, Leute, Ronaldo war immer noch nicht dabei. Wir müssen die nächste Tüte öffnen. Wenn euch das Format gefällt, lasst unbedingt ein Abo da. Ilkay Gündoan. Orkun Köktschü. Timothy Kastagne. Ein Teil von Frankreich. Jamal Musiala. Anis Mimeti. Und kein Ronaldo. Oh Mann, wir müssen die nächste Tüte öffnen. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer Europameister wird. Wer ist hier drin? Jamal Musiala. Tagla Suyuncu. Michael und Alfred. Lukas Hernandez. Mikkel Damsgaard. Wilfried Knonto. Und kein Ronaldo. Oh Mann, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ronaldo war immer noch nicht dabei. Wir öffnen die nächste Tüte. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst unbedingt ein Abo da. UEFA-Logo. Fikayo Tomori. Vicky Batsuay. Alexander Schlager. Sergei Milinkovic. Oliver und Joel. Und kein Ronaldo. Oh Mann, Leute, wir müssen die nächste Tüte öffnen. Schreibt ihr unbedingt in die Kommentare, was ihr glaubt, wer Europameister wird. Nathan Patterson. Bruno Fernandes. Juraj Kukcha. Memphis Depay. Julian Brandt. Marco Asensio. Aber kein Ronaldo. Tschüss. Ich öffne so lange Stickertüten, bis wir Ronaldo finden. Oh Mann, Leute, er war immer noch nicht dabei. Wir müssen immer noch weitermachen. Ich öffne die nächste Tüte. Ihr lasst ein Abo da, wenn euch das Format gefällt. Get Trained, Save Life. Marco Ehi. Oh Mann, Leute, da ist ein Glitzersticker dabei. Imanja Maximovic. Memphis Depay. Und wer ist dieser Glitzersticker? Tschüss. Cristiano. Leute, wir haben ihn gezogen. Ich glaub's nicht. Und Ansu Fati. Oh Mann, Leute, Cristiano. Ronaldo war dabei. Wir machen trotzdem die nächste Tüte auf. Jasper Lindström. Mikel Oyazabal. Damian und Karol. Janis Hagi. Mado Bonucci. Oh Mann, Leute, wir haben's geschafft. Wir haben Ronaldo. Den klem ich jetzt ein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.